Willkommen zu einem neuen Video. Das neue Update ist da und zwar gibt es eine neue Waffe und zwar die Pumpgun. Die gibt es in Episch und Legendär, also Lila und Gold. Dann gibt es einen neuen Modus, Gruppenkeile. Keine Ahnung, habe ich noch nie gespielt. Dann gibt es wieder den Hochexplosiven Modus in Solo. Und dann hier ist der neue Shop, da gibt es auch eine neue Funktion. Und zwar kann man jetzt einen Gegenstand als Geschenk kaufen. Ja, ist ganz nice. Dann habe ich vorhin ein bisschen Duos gespielt. Mein Teammate, mit dem ich gespielt habe, verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Der hat, glaube ich, über 4000 Wins irgendwie. Also ja, schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Und ja, wir haben auf jeden Fall die Shotgun gefunden, sogar in der ersten Runde direkt gefunden. Also ja, die ist auf jeden Fall schon... Die ist echt viel zu OP. Also ja, schaut es euch einfach an. Los geht's mit dem Video. Warte, ich habe direkt... Was? Ich habe direkt die neue Pump. Lag einfach hier. Pump Gun. Wie viel Ammo hat die direkt? Insgesamt. Ähm, 13. 105 Schaden, normal. Was? Dealer. Du musst nehmen. Alter. Gibt es die auch in Gold? Äh, ja, glaube ich schon. Episch in Gold. Und hier direkt eine Ska. Ja. Warte, ich will unbedingt mal den Sound hören. So. Mach mal Double Pump, geht das? Versuch mal. Ne, läd zu lang. Ne, geht nicht. Okay. Ja, lass mal direkt ausprobieren. Warte, gibt es dann eigentlich noch die Heavy Pump? Okay, komm, hier ist einer. Der ist oben. Ja, hier ist ein Wäsche. Im Haus. Was? 200-10er Schaden. Ich habe einen 200er Headshot gegen mir. Was? Also. Ich habe welche für die Tankstelle? Tankstelle, zwei Stück. Einer ist. Ich habe ihn einfach auf Körper, äh, 110er Schaden gegeben. Ey, von rechts noch. Puscht dich, ne? Ich habe den anderen geholt, mit der Falle. Hä? Wie konnte... Was ist denn weg, Face, man? Hä? Wegen dem anderen Gegner. Hä? Wie konnte er da reinlaufen? Also, das gibt es die. Ja, immer wenn am Anfang eine neue Waffe kommt, ist sie. Ja, findet man die voll einfach. Glaube ich. So. Okay. Er pusht. Er pusht so. Oh, er pusht mich. Er ist offen mit raus. 120er Headshot. Ist er nicht in der Bauch? Ich habe den einen, ne? Oh, nice. Ja. Einer 80er Hit. Nice. Warte, ich will mal gucken, wie viel die normale Pump macht. Was? Die macht's auch über 100 Schaden. Normale. Ja. Einfach weiter, wie geht's egal. Perfekt. Er hat sich selber geholt. Nein. Doch. Okay, komm, ich habe Mini für dich und Lagerfeuer hier. Egal. Hä? Was hast du gemacht? Nein, oder? Ich habe das mit Technikleiter vergessen. Wegen dem Wild West Modus. Die ganze Zeit. Die HP. Hab dir gesagt, du solltest es nicht vergessen. Fuck. Ist das denn irgendeine Bandage? So. Ich nehme die Pump hier. So, also die grüne Pump macht jetzt 95 Schaden statt 80. Hab den. Ja, fuck, meine Sniper muss nachladen. Und einer Headshot. Hä? Ach so, ich habe die blaue Pump. Die macht ja 100er Hits. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich sie mit einem Schuss gewollt habe. 100er? Ja, die blaue Pump macht einfach auf Körperhunderte. Klar, ja. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet, dass die Pump jetzt einfach auf den Körper über 100 Schaden macht. Und Headshot wieder 1 Pump, also über 200. Also ich finde es irgendwie besser, wenn die auf den Körper nicht über 100 macht. Aber Headshot schon 1 Pump, also über 200. Oh, das sind welche bei diesen Bounce-Fight-Dingern da? Und mir ist auch noch einer. Ich bin beide mal Wasserfass. Ich habe 100er hin. Oh. Ich habe 100er hin und einen Headshot. Äh, sorry, aber ich brauch da eine neue Rache. Das ist One-Shot. Ja, okay, mit der Fall. Nice. Äh, komm her. Ding ist Chak-Chak unten für dich. Was macht der da? Ich habe ihn... Hä, wie konnte er mir so viel Schaden... Er hat die richtige Bombe geguckt. Wie? Hä? Warte, ich brauche schon seine Medikits. Ah ja, die Heavy-Shotgun gibt es noch. Okay. Auf dem Werk sind welche, bis auf dem Bau und so. Boah. Ja. Ja, der aimt dich ab da. Er ist unter dir. Okay. Einer 100er-Hit. Ich habe den einen fast. Ich habe den einen. Ich habe den einen. Er geht hier auf den Berg, er ist One-Shot. Ich habe den einen. Jawohl. Nice. Warte kurz. Ich habe den 40er-Hit-Flo. Ah, schade. Egal. Die neue Waffe ist schon krass, die Pump. Viel zu OP halt so. Ja, Mann.